Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Challenge. Ihr habt ja wieder auf Instagram abgestimmt, wer diesmal antretet. Also jede Woche sucht sich ein Mitarbeiter eine Challenge aus und ihr dürft dann abstimmen, gegen wen derjenige dann antritt. Und ihr habt euch diesmal für Marc entschieden. Und Marc, ich freue mich, dass du die Challenge angenommen hast und gegen mich in vier Gewinn antrittst. Jo, ich kann kaum erwarten, hier loszulegen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir machen das so, wir spielen ein Best of Three. Das heißt, wir spielen dreimal gegeneinander maximal, außer es hat jemand schon vorher zwei Punkte. Also jemand von uns gewinnt 2 zu 0. Dann ist das schon vorher entschieden. Vier gewinnt geht so. Wer als erstes vier in einer Reihe hat, egal ob vertikal, horizontal oder diagonal, derjenige, der das zuerst hat, gewinnt. Okay, Marc, du darfst beginnen. Vielen Dank. Ja, danke. Den Sieg nehme ich. Boah! Mist! 1 zu 0. Guck, ich habe, wenn man nur das eigene Ding im Blick hat. Jawohl, jawohl, jawohl. Geht's. Ja, du darfst schon wieder beginnen. Nicht auf anfangen? Geht. Okay. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich das jetzt in dieser Runde schon wieder nach Hause bringen kann. Nee! Hast du spät? Das ist doch hier der Anfängertrick und ich werde auch sein. Den kannst du nicht nach Hause bringen. 1 zu 1. Da war ich mir schon so siegessicher. Ja, dieser Fehler, der darf eigentlich nicht passieren. Okay, 1 zu 1. Jetzt geht's in die entscheidende Runde. Ach, du Arn, ich so schnell. Ey, jetzt hat's doch gerade Spaß gemacht. Jetzt haben wir die Faden gewechselt. Was? 인stung. Ja, du thrill. Musik 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 So, okay. Dann mach ich doch jetzt mal den hier. Ja, das hab ich mir ja gedacht. Da ist er! Da ist er! Eine Doppelfalle! Was ist denn? Die Challenge hab ich gebrochen. Mensch, ich schlag gleich nach dem Wurst vor, du. Können wir gerne machen, aber die Challenge ist schon gewonnen. Vielleicht können wir ja noch ein anderes Mal wieder... Ja! Face-to-face, dann kommst du nicht weg. Dann das nächste Mal spielen wir fünf Runden. Okay, Spielemeister Ole Van Kenobi. Danke, Marc, dass du mitgespielt hast. Gerne, gerne. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Challenge wieder ein. Nächste Woche. Ich bin auch sehr gespannt, wer dran ist. Ja, ich auch. Und auch welche Challenge man kommt. Das ist auch immer spannend. Okay, wir sehen uns. Na dann, ciao! Jetzt kommt euch auch bei der jetzt nochmal Zeit die zweite Mal! Verstehe! Vielen Dank.